Hund, Katze, Maus. Klein, aber anspruchsvoll. Wie hat die richtige Hamsterhaltung auszusehen? Kate Kitchenham fragt nach. Mit was für Kosten muss ich das rechnen? Danach, wenn keiner guckt. Das geheimnisvolle Leben unserer Katzen. Lunas GPS-Tracker überrascht. 39 Kilometer. Das ist die weibliche Katze, die am weitesten läuft von allen. Deswegen ist sie auch so schlank. Hund, Katze, Maus. Und wenn keiner guckt. Das geheimnisvolle Leben unserer Katzen. Samstag ab 18 Uhr.